So, Kaffee-Nasenbären und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Ja, da es mir momentan psychisch und körperliche Zeit nicht so gut geht, weil ich heute einen Feuerwehreinsatz hatte und da zwischen unserem Hauptbahnhof Halbestelle und unserem Nebenbahnhof Halbestelle an der Verzug gesprungen ist, bin ich psychisch gerade immer noch ein bisschen geflasht. Diesbezüglich wird es heute Nacht jetzt keinen Film geben. Ich werde dafür dann morgen streamen bzw. morgen nachts streamen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und der abonniert mich jetzt nicht diesbezüglich, sondern bleibt mir halten und dann wünsche ich euch viel Spaß morgen beim Zuschauen. Ja, danke schön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.